Herzlich Willkommen hier beim WeLoveMMA-Podcast. Floyd Money Mayweather vs. Logan Paul ist vorbei, deshalb sollten wir in der Review darüber sprechen. Viel Spaß bei dieser Episode. Lasst vorab aber gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follower bei Spotify oder natürlich ebenfalls eine Bewertung bei iTunes. Ja, Floyd Mayweather vs. Logan Paul, rein Social Media technisch, also tatsächlich einer der größten Kämpfe, die wir dieses Jahr hatten. Ich sehe da auf Platz 1 Conor gegen Paulie, auf Platz 2 Ben Askren gegen Jake Paul und auf Platz 3 Logan Paul vs. Floyd Mayweather. Und das ist doch etwas sehr Besonderes. Also die Paul-Brüder, man kann sie hassen, man kann sie lieben, aber sie wissen, was sie tun. Sie verstehen, wie man die Leute dazu bringt, dass man über sie redet und dem ist auch so. Ganz ehrlich, alle reden über Logan Paul und Floyd Mayweather und auch wenn 80% vielleicht negativ sind. Es gibt keine negative Promo, sagt man so schön und die ganze Welt redet nun mal über sie zur Zeit. Ich denke, dieser Boxkampf war auf der einen Seite relativ langweilig. Je nachdem, was man erwartet hat. Also, als Fan des Boxsports, der sich gerne Kämpfe von den Größen anschaut, von einem Tyson Fury, Deontay Wilder, Andy Joshua und das auch mit den kompetitiven Boxkämpfen. Ich meine damit nicht Tyson Fury gegen irgendeinen Boxer, den keiner kennt, sondern wirklich Tyson Fury vs. Wilder oder Joshua vs. Ruiz oder Canelo gegen Billy Joe Saunders. Wer sowas gerne schaut, der war enttäuscht von Logan Paul vs. Floyd Mayweather, weil klar war, das war kein kompetitiver Boxkampf. Da ging es nicht um eine sportliche Herausforderung. Der einzige Zweck von Logan Paul vs. Floyd Mayweather war darin, Geld zu generieren und das haben sie natürlich auch geschafft. Die Highlights von diesem Video sind auf Platz 1 der deutschen YouTube-Trends und das auch schon seit einem Tag. Okay, ich glaube, heute ist die Nummer 1 der Trends vermutlich die Highlights vom DFB-Team. Deutschland gegen Lettland, glaube ich, war das oder sowas in der Art. Aber auf jeden Fall ist Logan Paul vs. Mayweather ganz weit oben in den Trends. Immer noch. Und das zeigt doch, wie viele sich für diesen Boxkampf interessiert haben. Viele haben sich wahrscheinlich dafür interessiert, oh, wie macht sich ein großer und schwerer Typ gegen einen kleinen, flinken Boxer? Und das ist eben das Spektakel. Das ist vielleicht auch das Spektakel in deinem Promi-Boxen und so weiter. Was ja auch im deutschen Free-TV gelaufen ist und relativ erfolgreich war tatsächlich. Die Leute ziehen sich sowas gerne rein. Die Leute stehen auf Trash. So dummes Klingenmark. Deshalb hatte Logan Paul vs. Floyd Mayweather auch den Erfolg, den es nun mal hatte. Spannend war es dann doch nicht. In der ersten Runde hat sich Logan Paul verausgabt. In der ersten Runde wollte Logan Paul, naja, ich weiß nicht, was er da versucht hat. Auf jeden Fall hat er sehr stark gegen Floyd Mayweather's Handschuhe geboxt. Anstatt auf dessen Körper zu gehen, hat er geschaut, ob die Handschuhe gut gepolstert sind und hat da erstmal draufgeschlagen. Das war auch die einzige Chance, wie Logan Paul seinen Physis-Vorteil nutzen kann. Floyd ist ansonsten einfach zu schnell, zu flink und so weiter und so fort. Mich hat es überrascht, dass Floyd Mayweather diesen Kampf nicht finishen konnte. Ich habe persönlich damit gerechnet, dass Floyd vermutlich durch Bodyshots das Ganze machen wird, weil Logan Paul einfach zu groß ist, um da richtig vernünftig an dessen Kinn zu kommen, an dessen Gesicht. Dazu kam es nicht. Dieser Kampf ging über acht Runden und es gab offiziell gar keinen Sieger. Das war von vornherein klar. Wenn dieser Kampf über die Zeit geht, gibt es keinen Verlierer und auch keinen Sieger. Hätten wir Judges gehabt, hätte Floyd natürlich diesen Boxkampf gewonnen, aber es gab keine Judges. Wie dem auch sei, die Shitshow ist vorbei. Mal gucken, was als nächstes für Logan Paul und Floyd Mayweather ansteht. Auf jeden Fall gab es herbe Kritik von Dana White. Der hat gesagt, er würde sich sowas nicht reinziehen und er würde sowas auch nicht buchen. Das ist nicht das, was die UFC macht. Die UFC macht echte Kämpfe. Dann Enganu, der sich fragt, was die UFC-Fighter falsch machen, dass ein Logan Paul 20 Millionen verdient. Henry Sioux hat das Ganze kritisiert. Canelo hat es kritisiert. Cody Garpent hat es kritisiert. Die ganze Kampfsportwelt hat Logan Paul versus Floyd Mayweather kritisiert. Die beiden wurden ausgebucht in der Halle, aber trotzdem ging Logan Paul mit 20 Millionen aus diesem Boxring raus und Floyd Mayweather mit über 100 Millionen aus diesem Ring raus. Was krass ist, wirklich. Dann war es das auch mit dieser Episode. Wie empfandet ihr Floyd Mayweather versus Logan Paul? Schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare. Folgt Real of MMA bei Instagram und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.